Was macht eine Gemeinde lebenswert? Die Nahversorgung, die Verkehrsanbindung, Kinderbetreuungsplätze, das Freizeitangebot? Wie sehen Sie das, liebe Zuschauer? Beim Lösungskongress im Messezentrum wurden kürzlich über 30 innovative Konzepte präsentiert. Und wie diese aussehen, wir haben nachgefragt. Wie sieht eine lebenswerte Gemeinde in der Zukunft aus? Der Lösungskongress im Messezentrum präsentiert dafür über 30 innovative Konzepte. Diese versuchen, mit ganzheitlichen Lösungen Ressourcen zu schonen und unser Zusammenleben zu verbessern. Ein Eckpfeiler des Kongresses befasst sich mit dem Thema Bildung. Andreas Wurzreiner vom Institut für Schulqualität rät dringend, Schulen dürfen sich nicht auf negative Entwicklungen versteifen. Als Bundesminister würde ich als erste Vorgabe oder Einladung aussprechen, alle Schulen sollen mir bitte ein Papier schicken mit 31 Beobachtungen, die bei Ihnen an der Schule gut laufen. Bildungsreformen versuchen seit Jahren, Veränderungen herbeizuführen. Bisher ohne Erfolg. Es ist noch ganz stark dieser Zugang der traditionellen Pädagogik vorhanden. Wenn die Pädagogik in eine Richtung der Ermöglichung geht, dann ist für alle Beteiligten, für die Lernenden und auch für die Lehrpersonen und für das ganze Bildungssystem viel mehr an Möglichkeiten vorhanden. Nicht nur die Schule ist für eine lebenswerte Gemeinde entscheidend. Auch eine gesunde Gastronomie. Der Stanglwirt präsentiert Lösungen, um dem allgegenwärtigen Personalproblem der Gastronomie zu begegnen. Wenn du mal da bist und einmal angefangen hast zum Anbieten, dass du eigentlich im Betrieb alle Möglichkeiten hast, die weiterzubilden oder auch zu verändern. Und untereinander sind wir wirklich ein gutes Team. Und da bietet der Stanglwirt auch daheim ein bisschen weiter weg von daheim. Ein weiterer Ansatz für mehr Lebensqualität. Gemeinden sollten viel mehr ihre natürlichen Ressourcen nutzen. Die Krimler Wasserfälle sind eine solche Ressource. Ein Kraftplatz und eine Hilfe für Allergiker und Asthmatiker. Naja, sicher hat es mit Nachhaltigkeit sehr viel zu tun, denn die Krimler Wasserfälle sind nicht nur eine Sehenswürdigkeit, eine weltbekannte Sehenswürdigkeit, sondern auch ein nachhaltig für Asthmatiker und Allergiker, um diese natürlichen Aerosole, die die Wasserfälle von sich geben, einzuatmen. Die Initiative Bewusst Gemeinsam Leben hat den Lösungskongress ins Leben gerufen. Der Veranstalter, Georg Diegruber, fordert Menschen auf, aktiv zu gestalten und dennoch den Alltag zu entschleunigen. Naja, letztlich stelle ich mir schon die Frage, wie erreicht man die Menschen. Was ich merke, ist einfach eine langfristige Perspektive, wir haben die wenigsten und vor allem keinen Raum. Das ist der ganze Tag ausgefüllt und das ist eigentlich das Bedenkliche. Ich glaube, es braucht einfach eine Rückentwicklung, ein Durchatmen, einmal weniger ist mehr vom Grundsatz her und dann haben wir entsprechende Chancen, weil die Emotionen bringen uns weiter und nicht die Analytik und das permanent Getriebene. Ein gesunder Optimismus öffnet die Augen, scheinbar Unmögliches möglich zu machen. Wir können jahrelang, ein Leben lang in die Vergangenheit schauen und darüber klagen, dass wir Chancen verpasst haben. Das, was wir wirklich gestalten können, ist die Zukunft und ich glaube, das ist im Sinne dieses Kongresses, dass wir hinschauen, was gelingt denn schon und was könnte in Zukunft noch ein bisschen besser gelingen. Der Verein Lebenswerte Gemeinde sammelt und bündelt Ideen aus ganz Österreich für ein lebenswertes Miteinander. Mitmachen erwünscht.